Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077 Wir gehen jetzt zu Judy, machen da weiter. Übernehmen wir jetzt den Moxie oder irgendwie sowas mit der Moxie? Und um die Moxie herum? Wait until... Use the intercom. Hi. It's me. Let's me eat. Ja, wer bist du? Wir sind alle an uns vorbeigelaufen, ja, ja. Hey. Come on in. Hey. Hi. Hi, Roxanne. Hey, nice to meet you. Mit den roten Augen. Mit den Herzaugen. Just eat the free pizza and then we're out of here, okay? Johnny. Judy. Hey. Feeling better? You look better. I'm on autopilot. I don't think. Just do. Can you just aufhören, mich so anzuschauen? Please. So then, what's the plan? Need to wait for Michael. You'll never get rid of the stench of the corpse. You drop a lot of them, don't you? What's your secret? Suddenly comes naturally to you, doesn't it? Yeah, odd. Given how much work I got to put into it. By the way, Boris didn't show up for work today. Or yesterday. Ach so, den wir umgelegt haben. Dunn, saying hello to each other? Yeah. Revolution won't plan itself. Was denn Johnny hin? Ist er jetzt nur noch in meinem Kopf? Ich modifizierte den behaviorischen Chip. Es kann irgendeine Dahl mit einem Loner-Reflex-System bequipen. In other words, mach die Dahl move und kämpft, wie ein Prim-Tier-Solo. Faszinierend, nicht wahr? Was man lernen kann, während die falschen Orgasmen für die Moxes zu tunen. I'm stepping outside, can't smoke in here. You'll air it out later. Fine, I'll sit by the window. I sit by the window. I do that, I'm sorry. The body will react as if executing a well-trained series of movements. Already tested it out on Tom. Chip's impulses supplant any natural reflexes, so it'll make users feel like they're experiencing cyberpsychosis. But it's basically the same as when we activate ourselves for a client. Oh. Okay. Das heißt, du bist auch ein... Finally, someone said it. Mhm. Tom? Who? Pull that sequence from a Kung-Fu-Training-Virtue. Mit Messern? WNF-U, B-U-Necton. Hm. Okay. Gotta admit, not bad. Yeah, for the Market Square in Kabuki. Before we start talking serious, Fizz, gonna need to see serious action. You just saw him. I saw a bar trick. I want to see a fight. Got an expert in causing bodily harm among us. Yeah, Johnny. I want to see how Tom handles him. Hey, hey. V? Yeah? Just don't mess up my digs, okay? I like it here. Hm. Fuck you all. It's on now. What the? Hey. Everything chill? You okay? Haha! Look at me go! You see that? Äh, äh, äh. Woo! Gotta do some cardio! Just say it. Who? Me? This is my impressed face. Ah, okay. Let's... ... ... ... ... ... ... ... Happy now. I'm really happy. But that was proof enough. Let's get to it then. You've got an elite force of three muscle heads and a techie. What now? Guards and Tigerclaws in and around will overpower, take down, disarm, escort them out, Clouds will be ours. It's not easy to say, let's get to them. A cut of the proceeds, an exchange for never showing their faces at the club again. And having no say in how the clubs managed. That's what I thought. A half baked insane plan. You can't see more than an inch ahead of you. Taking out the security there won't solve anything. Clouds will just send more. Hiromi Sato is the man you gotta get to. Okay, und die alle töten. Where do we find this, Hiromi? At his apartment. H8 Megatower. Topmost floor. It's a penthouse. Almost never steps outside its glass walls. But I'll figure out a way to get us inside. Wouldn't it be better to ambush him in the street? Like, while he's chomping on a scop dog or taking a piss in the back alley? Why even try breaking into a penthouse? 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 That's what I've got to say. He'd only don't go anywhere without security. So one, makes no difference. Two, this is only a show of force, demonstrating what we are capable of. Which is a lot more than street thuggery. So how about it, V, Tom, Roxy? Made up your minds? Let's go. I need to think about it. Never wasted anyone before, you know? I'm with it all the way. V? Yeah, don't tell me you're seriously considering this. Stick in our precious necks out for a bunch of whores? Come on, Johnny. I already said I'd help, didn't I? Thanks, V. Thank you for the time, please. I'll set up the meat with Hiromi and let you know. I need a couple of days. Have fun. Toodaloo. Toodaloo. Michael, hold up. Give us a lift. Only if you don't talk to me. I feel a migraine coming on. Oh, shit. I'm scared, V. V? Speaking of gratitude, stuff I'm asking you to do, will usually come to the price tag, I know. Familien und Freunde. You want to help, I get that. But I'm more than happy to pay your fee in full. Feels like it's only right. Well, I would give a family and friends to the price tag, but the choice doesn't exist. V? Eh, eh, eh. A word. Ugh. 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 V, everything okay? Yeah, everything okay? V? You don't look so hot. I'm okay. What the hell, V? You, like sick? Remember the heist Avalon Hired is for? The relic, I was going to clap. Couldn't forget that in a million years. That biochip. Well, long story short. It had Johnny Silverhand's mind on it. And then Granville, it's overriding my mind. You're being serious? Truly wish I wasn't. Fuck. Anything at all you can do? Ja. One can hope. It's late. You're tired. You can crash on my couch, if you want. Nene, alles gut. Best be gone. Oh, good. Mir geht schon gut. Könnte aber kurz deine Toilette. Oh, Wadi. Oh, vielleicht aber hier. Jetzt geht's mir besser. Das war ich übrigens nicht. Das war die andere. Die Frau. Glaubst du nicht auch einen Weg nach draußen? I'm free. Free. Oh, no. Job actualisiert. Okay. Das war schon alles. Sidejobs. Go to the afterlife. Ich möchte das nicht unbedingt sagen. Afterlife. Talk to Misty. Nee. Nee. Okay, gehen wir zum Afterlife. Life is life. Na, na. Na, na, na. Select a destination for your travels. Thank you for traveling with Night City Air. Oh, and the beautiful sights we see. Ah. Hey, 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 hey. Nice, good girl. Welcome back, kid. Oh, good. So, ready? Rogue should be here any minute. Okay. I'm ready. Yeah. How fucking time. Look a little different. Fuss with your hair or... Alright. Wer hat nur Johnny Silver hat? Fuck, it's good to be back. Never knew you'd gone off somewhere. What's your poison? Whiskey, neat. Das ist Blue Glass. Blue Glass. Hey. Da ist mir jemandenstress mit uns. Hey, der verdrinkt unsere hart, ähm, hartverdienten Eddies. Das sind meine Eddies. Green way to get started. Gonna party like Johnny Silver hat. Hey, Johnny, du sollst mit dir reden. Dich nicht mehr trinken. Äh. Cash ist Reiter. Name bedeutet nichts für dich. Mhm. Tattoo-Guy. Wie du den Namen kennst? Wir gehen zurück. Wo will ich dich finden? Wir haben einen Salon in Watson. Pershing Street. Alles. Okay. So, what'll it be? Billy Goat or the other one? The other one. He's gonna love it. Sure he will. Jeremiah Crescent. Das ist so Johnny Silver hat. Vorher irgendwas macht erstmal. I loved Johnny plus. Johnny plus. Yeah. Können wir sagen, wir hatten was in common. Heh. Ruby Collins. Sloppy second für Grayson. After I banged her. Johnny genießt es, jetzt wieder einen Körper zu haben. Hey. Ja, in dir ist direkt ein anderer gesporen. Hey, trink Slinger. Johnny. Es ist immer noch unser Körper. Oh, ich weiß schon, was das nächste passieren wird. Und ich freue mich schon, das Ganze zensieren zu müssen. Simon, Simon. Haha. Mas rapido. Hey. Uh, Spam. Simon, Simon. Warum haben wir da hinten einer rot markiert? Pass. Trink Johnny. Johnny? Entschuldigung? Mein rechts? Oh, Johnny, der Egel! Yo! Get your fucking paws off, Ruby! She ain't going anywhere with you! She's on the clock, got it? Yeah! Johnny is the man style! Woo! What? Woo! Don't waste your money on counseling! You waiting for me? I'll go back to my place. Johnny is still now. Oh! Where to? Martin Street. But take the long way. Look good on you. Yeah. Got a light? Okay. Jetzt. Und... Eintauchen. Kopf runter und eintauchen, oder was? Oh my God! Unfall! Unfall! Ah! Sollte die Skyrim-Quest auch gehen müssen. Skyrim, es gibt die eine Quest, wo man gegen... ...gen... ...Dedra... ...äh... ...trinkt. Weiß nicht, über was dieser Dedra regiert, aber... Weiß nicht, über was dieser Dedra regiert, aber... Ja, wenn man macht dann irgendein Dorf, man muss alle seine... ...trunkenen Sachen... ...Ruby, fokuss! Alles klar. Ich muss mit Grayson sprechen. Ja. Ciao, Ruby! Wir müssen uns beim nächsten Mal sehen, ich nenne mich nicht an dich! Hallo, Night City! ...Riss Night City? Weiß! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, ich fühle mich wie verdammt. Keine Überraschung. Ich weiß nicht was, was ich? Ich sage nur, ich sehe ein paar riesige Schmerzen. Er hat mich in der Frühstürme erwähnt. Natürlich, ich dachte, es war du. Und ich dachte... Kleine Kind. Schade, er hat mich komplett verletzt. Du hast dich gesehen, oder? Ein Morbid-Kuriosity? Mhm. Und ich habe Johnny Silverhand gefunden. Ja, ich weiß. Keine Angst, wir haben es nur jedem anderen aufgelöst. Okay. Okay. Smasher. Er erzählt dir über ihn? Ja. Ich wusste nicht, dass er zurück nach N.C. Johnny hat einen Weg gefunden, um ihn zu reden. Warte. Greyson. Jeremiah Greyson. Er arbeitet für Smasher. Johnny hat einen Strip aus. Ich habe einen Strip aus. Ich frag mich nicht, wie. Ebonique. Ebonique. Nur das. Still. Lass mich sehen, was ich tun kann. Wir werden diesen Mann von der B***h bekommen. Kann ich mir alles helfen? In deinem Staat? Du bist nicht mehr. Fast. Ich habe dich geholfen, wenn ich etwas lerne. Okay. Okay. Tschüssi. 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 Unglaublich. Dieser B***h ist irgendwo in deinem Kopf. Ich weiß. Ich mag es auch nicht. Ich frag mich, was er alles getan hat. Oh, B***h. Was? Was hast du angetan? Du trinkst mich. Du solltest nur mit Rogue sprechen. Ich habe mit ihr gesprochen. Und die Stripper? Empathie-Brawl? Tattoo? Alles braucht, Mann. Ich musste Rogue etwas reales geben, nicht wahr? Ich könnte das alles selbst gemacht haben. Oh, ja? Ich würde auch mit Rogue mit dir selbst sprechen, oder? Oder es hätte ich in deinem Kopf geholfen müssen. Oh, B***h. Ich denke, ich werde es fallen. Ja. Lass uns hier raus. Gib dir etwas Luft. Okay. So. Wir machen aber weiter in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet. Lasst einen Like und einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.